So, Manchester City. Wir sind zurück. Diesmal in Northampton, im Town Park, im FA Cup, im Wiederholungsspiel der, keine Ahnung wie viel, in der Runde. Funktioniert der? Schön, 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 aber ist mir egal. Wiederholungsspiel. Wie gesagt, Hinspiel gegen 1-1 aus mit Glück. Das letzte Spiel in der Liga hat Northampton dann verloren. Am Ende sogar zu rechts, es war einfach, naja, nicht zu rechts, es hat auch unglaublich viel Pech mitgespielt. Solche Spiele hast du einfach, da machst du nichts, da ist es passiert und abhaken. Vier Punkte Vorsprung werden es wohl noch sein. Auf Platz 1 ist es immer noch ordentlich, aber trotzdem nochmal verlieren oder ein unentschieden Spiel im nächsten Spiel sollte man nicht unbedingt mitstellen. So, zurück, Snedgar ist da. Und Snedgar schlägt erstmal weg. Deegan Cole. Also Abwehr gefällt mir heute nicht wirklich gut. Also in der heutigen Aufnahme. Also ich müsste eigentlich so ingame sagen, die letzten Spiele. Abwehr hat mir ganz und gar nicht gefallen. Das können sie so viel besser, das haben sie so viel besser gezeigt, die ganzen Spiele davor. Und ich habe keine Ahnung, warum dann sowas rauskam. Ich weiß es wirklich nicht. Ibrahim hat viel zu lang den Ball, das darf gar nicht sein. So sieht es nämlich aus. Diaz. Er hat einen geschickt. Er hat einen geschickt. Er hat einen Bautempo auf. Und voll in den Gegenspieler rein. Ich konnte Mitchell immer wieder nicht auswählen. Und Mitchell jetzt. Zu einfach. Noni. Noni. Und hart. Meine Güte. Dieser Torwart. Noni fightet weiter. Man sieht schon konditionell, man merkt, er hatte ein Spielpause oder zwei zwischen den letzten Partien. Zwischen den letzten dreien jeweils ein, zwei Tage Pause. Ja, das sieht man eben genau hier. Der Junge ist fertig. So, Noni. Einfach drauf. Also viel mehr wird es dann sowieso nicht mehr reichen heute. Bei ihm so rein konditionell gesehen zumindest. Ja, den kriegt er normalerweise. Ja, da sieht man schon einige Effekte. Dieses Konditionsproblems. Und genau deswegen wollte ich dieses Wiederholungsspiel nicht. Genau deswegen habe ich gesagt, dann gewinne ich lieber. Ich meine, es hat sich so ergeben. Ich war froh, dass ich überhaupt unentschieden gespielt habe. Aber mein Ziel war es nicht. Und genau wegen sowas. Das ist konditionell einfach eine unnötige und auch unglaubliche Belastung. Man kann nur von Glück reden, dass mal wieder jetzt zwei Wochen Länderspielpause ist danach. Ansonsten wäre hier richtig Probleme. Oder gäbe es. Ansonsten gäbe es hier richtig Probleme. Okay, McGavin. Milner. Lewandowski. Die großen Namen spielen sich wieder durch. Tozer. Natürlich Northampton. Hat wie auch Man City jetzt die letzten... Obwohl, ich weiß nicht... Was ist Man City noch im... Ach nee, es war Liga. Nee, es war letztes Spiel war Liga. Okay. Also beide Mannschaften haben die gleichen Spiele in ihren Knochen. Aber bei Man City ist es eher gewohnt als Northampton, würde ich sagen. Haben ja auch nach Meinung viele Experten in letzter Saison nur so gut abgeschnitten, weil sie eben in so wenigen Pokalwettbewerben am Ende drin waren. Und jeder Pokalwettbewerb geht nochmal extra in die Knochen. Und das merkt man vor allem, wenn viele Spiele hintereinander sind. Und wenn es dann bei solchen Partien wie hier darum geht, dann hat man Defizite. Das ist ja ganz klar. Wie soll man die Kondition auch hernehmen? Sicher nicht aus dem Nähkästchen von Oma oder wie. Jetzt reicht das für uns, warum auch immer, aber bitte. Abseits. Ja, ja, ja. Die Erste muss er gar nicht mitgehen. Also jetzt kann er wieder mitgehen, aber da war es ganz richtig, direkt zurückzuziehen. Ein ganz klares Abseits. Da hat sein Mitspieler nicht den Moment getroffen, um einen guten Pass zu spielen. Einen guten und abseitsfreien Pass, muss man ja sagen. Ja, komm, wie lange willst du es noch laufen lassen, den Vorteil? Meine Fresse. Ist ja ungeheuerlich. So, ab geht's. Dias gegen Sinclair. Dias ist da. Macht es ganz souverän. Macht es am Arsch souverän. Am Arsch. Erster Versuch. Ich glaube, es war tatsächlich, tatsächlich, meine Güte, Aussprache war schwer. Es ist, glaube ich, tatsächlich Widowson gewesen, der abgefällt, statt entscheidend. Deswegen auch der Eckball. Was nett war, soweit ich gesehen habe, nicht mehr dran. Hätte auch, glaube ich, keine Chance gehabt bei dem Ball. Und Noni. Gavin kommt nicht rum. Fehlt auch wieder die Schnelligkeit, aber jetzt nicht, weil er mehrfach belastet ist, sondern Gavin ist einfach... Ja, da fehlt einfach so grundsätzliche Anschnelligkeit, würde ich mal sagen. Dias. Hart. Und nun, der war gefährlich. Hart. Er will nicht wegschlagen, von mir aus. Dann muss er mit den Konsequenzen leben. Einwurf November. Diegen. Schön gemacht, Noni. Alle kann er auch nicht umkurven, aber immerhin. Einer hat er mal geschafft. Jas. Sie können schon wieder so viel mehr aus ihrem Spiel machen. Und sie machen es einfach nicht. Und ich weiß es nicht, ich verstehe nicht, warum. Ich habe schon so oft versucht zu erklären, denn ich verstehe es nicht. Warum bei genau solchen Spielen es nicht klappt. Man ist dominant, man ist überlegen, bis zum Geht nicht mehr eigentlich. Okay, bis zum Geht nicht mehr ist zu viel, aber man ist doch klar dominant, würde ich sagen. Rein Spielwerttechnisch her. Es gibt Freistoß, ja. Und sorry, ich weiß es eigentlich, ich verstehe es nicht. Und, und, und. Klaas Handspielen, jetzt bin ich mal wieder froh, dass es nicht gesehen wurde. Danke. Blind Spacku. Oh, 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 oh. Glück. Aber mal eine ganz große Portion davon. Halbzeit. Lewandowski war am lauern. Es war Lauer-Dowski. Halbzeit zwei. Ich habe schon wieder mal gar keine Nerven für den ganzen Scheiß. Muss ich alles nicht haben? Warum muss ich das alles mitmachen hier? Noni. Diese Pässe teilweise. Es ist ein Graus. Es ist zum Kotzen. Ich kann es gar nicht negativ genug beschreiben, was hier abgeleitet wird. Jetzt mal, die hat es schön gemacht. Schön. Rein das Ding. Loni. Wird abge, ja. Abgehalten vom Tor. Weggehalten. Und kommt deswegen nicht zum Ball. Einwurf. Wenn man keinen Abstoß ist, ist ja auch mal gut. Loni riecht den Braten, aber kommt nicht dran. Und aufgepasst. Gaben. Gut. Zwar gelaggt, aber ist ja egal. Dann sind drei Spieler um den Ball in so einer schönen Dreiecksformation und keiner geht hin. Niemand. Ich glaube, das ist noch schlimmer, als wenn alle drei hingehen würden. Weil dann hätten wir wenigstens die Chance, den Ball zu bekommen. So hat man sie einfach nicht mal. Barrios. Zu weit vorgelegt, zu weit abtropfen lassen. Hart spielt mit dem Feuer. Das berühmte Spiel mit dem Feuer. Heute mal sponsert bei Joe Hart. Diegen. Collins hängt euch rein, Leute. Komm. Tozer macht alles richtig. Kein Elfmeter provoziert und keinster Weise. Loni geht. Hooper kommt rein. Ja, verständlich. Loni, der kann nicht mehr. Der ist kaputt. Vor allem er ist ja einer der laufstärksten. Latte. Vor allem er ist ja einer der laufstärksten. Und in drei so kurz aufeinanderfolgenden Spielen, dann merkt man das. Und dann ist so ein Wechsel absolut notwendig. Dann kommt auch noch die schlechte Leistung dazu, die eben auch daraus resultiert, dass er nicht mehr kann. Dass er konditionelle Probleme hat. Und ich weiß gar nicht, wie fit man sein muss, um in so kurzen Intervallen immer 100% zu bringen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Gavin nochmal. Schön gemacht. Hooper. Raus das Ding. Kein Einwurf. Nachgehen. 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 Oh doch. Aber der Einwurf war nicht selbstverständlich. Das ist auf keinen Fall. Cuero kommt für Diaz. Und Emerton. Sucht Cuero. Findet Cuero. Aber der setzt am Tor vorbei. Ob er da wirklich hätte köpfen müssen aus einer Position, ich weiß es nicht. Und wenn, dann soll er auf den Mitspieler köpfen, aber doch nicht sowas. Ernsthaft. Hupa gut. Barrios. Barrios. Das ist nicht wahr. Das ist, komm. Dann schieben halt noch Verlängerung und Elfmeterschießen sind der, wenn ihr es alle wollt. Ist nicht mein Problem. Wenn ihr es sehen wollt, dann, dann müssen wir es, dann muss es also sein. Vor allem, wenn die Mannschaft es sehen will. Und es scheint ja gar nicht die Ambitionen da zu sein, wirklich den Topschluss dann zwingend zu Ende zu bringen. Ich meine, Chancen raus spielen ist ja schön und gut, aber wenn es nichts wird, dann, oder wenn man, wenn man nicht mit genug Ruhe, Köpfen und Technik da rangeht und ihn einfach irgendwie aufs Tor bringen will, ja, dann passiert es eben, wie es passiert. Hupa hat keine Möglichkeit, irgendwo hinzuspielen, weder nach vorne noch nach hinten. Dazu haben sie, mussten sie aber auch vier Spieler auffahren, glaube ich, dass sie das hinbekommen, aber wer es hat, bitte. Gobi, Gobi, Entschuldigung. Gute Grätsch und dann laufen sich fast wieder gegenseitig über den Weg. Was soll denn das? Hupa, der, ja, das war ein Foul. Nochmal schön weggeschlagen, konnte er ja nicht wissen, ne, Zwinker. Herr Reed, verdiegen. Mangala spielt nicht kurz, so wie es Hupa kurz vermutet hat. Fausa reicht nicht. Und jetzt, komm. Es bleiben hier noch zehn Minuten, wenn sie noch einen wollen. Aber sie haben keinen Knipser mehr, sie kombinieren auch schon die letzten Spiele nicht und heute ist es genau das Gleiche, die Kombinationen sind Schrott, größtenteils ein paar Mal was Gutes dabei, aber, ja, mehr als gut ist es dann auch nicht, wenn man ehrlich ist. Diese Geniestreicher aus den Spielen vor dieser Aufnahme, sie fehlen einfach. Ich weiß nicht, ob es an der Kondition an Loni an soll, ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Aber ich weiß nur, dass es fehlt. Und wie man es löst, das kann ich euch nicht sagen, sonst hätte ich es nämlich schon längst probiert oder gemacht. Wechsel, Misselbösel kommt wieder rein. Der Edeljoker. Und Barrios schickt Emerton. Der kann auch nicht mehr, aber der versucht es nochmal. Der versucht es nochmal mit Erfolg. Ja, zumindest mit Temporär Erfolg, das muss man eben auch hoch anrechnen. Selbstverständlich war das auch noch lange nicht. Hooper. Hooper zum Ersten. Zum Zweiten reicht nicht, aber Harriet geht nach. Ja, das gibt es doch nicht, Mann. Jetzt sind sie zu überhastet. Emerton reicht nicht. Der hätte auch schon lange runtergemusst, aber ich glaube, er kann gar nicht mehr wechseln. Bin mir nicht sicher. Ich glaube aber nicht. Da muss jemand wie Emerton eben durchspielen heute. Kann ich auch nichts für. Verlängerung. Mal wieder. Macht ja Spaß. Gab es noch Wiederholungsspiel? War noch nie, dass man in die Verlängerung geht. Damit meine ich... Ich glaube, in jedem Fall Wiederholungsspielen geht es ja in die Verlängerung. Ich glaube, die haben wirklich einen Fehlgefühl. Ich kann es nicht, ich weiß es nicht. Wer ist anspielbar? Niemand? Ja, dann eben nicht. Mir auch egal. Barrios. 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 Gut. Und Gevin. Kann den nochmal reinbringen, Ecke. Alles klar. Hupa steht schon bereit. Dann soll er es auch direkt machen, wenn er möchte. Guerro. Kontermöglichkeit. Jovitic. Emerton versucht es. Schafft es aber nicht. Aufpassen. Harriet. Der ist noch frisch. Und die Abwehr sollte auch noch genug Pumpe haben, wenn man ehrlich ist. Schnell kombiniert. Gut. Gut, gut, gut. Schlecht. Aber der Pass war wirklich in Ordnung spielbar. Also da... Der Pass war nicht blöd an sich. Das war einfach nur schlecht gespielt. Hat die Präzision gefehlt. Da möchte ich an der Idee des Passes nicht meckern. Hupa. Barrios. Hupa geht nicht mit. Und dann läuft Barrios Idee eben jetzt leere. Ob das seine Schuld ist? Ich glaube nur zu 20%. Das war 80% Hupas fehlender Einsatz. Punkt. So, Hupa nochmal. Emerton braucht zu lange. Halbzeit. Eins ist scheinbar rum. Sein Kollerdorf hat nochmal die riesen Idee. Aber Cuero klärt. Ja, Cuero, da muss ich jetzt nicht die Hand heben. Das war jetzt auch ein bisschen dumm. Und ganz ehrlich, als Trainer, ich würde das meinen Leuten abgewöhnen einfach. Weil so richtig, komplett offensichtlichen Dingern. Auch im Rahmen der Fairness zu sagen. Ich meine, ja, muss man jetzt nicht fair sein. Keiner macht es. Aber man darf auch mal den Unterschied ausmachen. Weil sowas finde ich einfach nur affig. Da kommst du wie ein kompletter Idiot drüber, wenn du da wirklich ernsthaft reklamierst. Oder zumindest auch nur so tust. Das reicht ja schon. Da habe ich meine Meinung dazu auch mal Punkt getan. Lewandowski. 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 Keiner kann ihn wirklich abhalten. Inzwischen sollte man es doch besser wissen. Das Lewandowski-Mann ist, auf den man da aufpassen sollte. Harriet holt den Einwurf raus. Ja. Versucht nochmal da zu vereiteln. Aber mehr schlecht als recht. Und eigentlich auch gar nicht ernsthaft. Gaven. Kann er auch nicht mehr. Aber der macht es einfach nochmal. Richards und Kumpane klären das. Und dann schon wieder das Pech. Also es gibt genug Spiele, wo diese Grätsche zum Ballgewinn für ein Offenband geführt hätte. Und heute, ja, heute ist eben so ein Tag. Toza klärt. Zum einen nur gar kein Problem. Hauptsache jetzt erstmal, dass wir erstmal sortiert finden. Man steht. Toza. Abgang. Mit Tempo. Barrios. Den kann er noch kriegen, wenn er ein bisschen nachgeht. Keeper haben auch schon Minute 118 Fehler gemacht. Barrios. Barrios. Es reicht nicht. Es reicht doch. Es reicht doch. Emerton. Gaven. Gaven. Der wird länger und länger und länger. Und Gaven nimmt nicht den rechten Schlappen. Und da war Mercedes, die nochmal anpumpen. Letzte Chance läuft an. Wer jetzt den Ball bekommt, der kriegt die letzte Chance auch. Gaven nochmal. Kommt durch. Gaven kommt durch. Willst du direkt machen und dann gibt es Elfmeterschießen. Mal wieder. Juhu. So, Liste der Schützen ist nicht mein Business. Ich kann es nicht aussuchen. Cuero. Und rein. Nicht zu halten. Messer Dössil. Ach, schade. Kann man haben. Muss man aber nicht. Harriet. Ganz sicher. Bisschen zu hoch. Ich muss sagen, das gefällt mir nicht, die Tendenz. Muss ein bisschen mehr aufpassen. So wird Dietsch. Auch er trifft. Wer macht hier den ersten Fehler? Ist es Hupa? Es ist nicht Hupa. Wieder mal sicher geschossen. Eriksen. Gegen Snedgar. Mh, drüber. Es sieht gut aus. So, Barrios. Zimmer ihn bitte rein. Das macht er. Jetzt halten und wir haben es. Jetzt halten. Oh, gegen Lewandowski. Der wird dick. Jetzt halten und wir haben es mal wieder geschafft. die Sensation steht. Ja! Was? Snedgar war es nicht Snedgar? Ich weiß es nicht. Es ist egal. Snedgar hat auf jeden Fall geahnt, wo der Ball hingeht. Und das reicht dann. So hart. Der war schön. Das war Gavin. Und jetzt? Ah, den letzten sehen wir gar nicht mehr. Schade. Kein Problem. So, kriege ich nochmal. Nee, ich wollte eigentlich den von Lewandowski spielen, aber danke. Ach, dann halt nicht. Ihr könnt es euch ja nochmal anschauen. Ich glaube, Snedgar war anscheinend dran, aber ja. Darauf verlassen würde ich mich nicht. Die M-Quali könnte eigentlich in die Haare schmieren. Das ist nochmal Business. So, drei Spiele der Aufnahme sind rum. Alle Spieler sollten wieder fit sein und Tottenham, Marcel Schmelzer. Ja, ist mir doch egal. Tottenham, der nächste Gegner, dann Chelsea und dann heißt es CL-Achtelfinale. Aber erstmal zu Gast, die Spurs. Bei Northampton. Haut raus. Dann. Dann. Dann.